So, jetzt ist für mich sogar noch weniger Zeit vergangen als bei der letzten Folge. Es ist aber nur ein paar Stunden. Willkommen zurück zu Anno 1404 und ich merke gerade, ich habe die Brille gar nicht auf. Das sollte ich vielleicht mal machen. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. So, Brille ist da. Auch schön die Haare einmal schick machen. Ja, bin halbwegs ansehnlich. Das Gewitter ist vorüber. Das Gewitter ist vorüber. Dann schauen wir doch mal, was das bei Heizahn schon wieder alles kaputt gemacht hat, ne? Was? Die haben den ganzen Weingut zerstört. Was soll denn der Scheiß? Jetzt darf ich die ganzen Felder auch neu setzen. Ist das etwa ein Zeichen eurer Wertschätzung? Ja, ist es. Uh! Soll ich eure freundlichen Geste erfahren. Bäm! Fast. Fast. Ähm. Bauen wir hier... So, den Weingut. Kriegt man eben wieder fünf neue Felder. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. So, drei, vier, fünf. Du hast fünf Felder. Du hast fünf Felder. Du hast vier Felder. Jetzt hast du wieder fünf. Du hast auch nur noch vier Felder. Jetzt hast du auch wieder fünf. Du hast fünf Felder. Damit haben wir Heizahn schon mal wieder einigermaßen repariert. Und, äh, wie viel? Na. Lohnt sich halt nicht überall der Zimmermannshäuser hinzubauen. Sommit ich nicht weiß, ob das überhaupt was bringen würde. Was ist hier los? Salz wird nicht mehr abgeholt. Wahrscheinlich, weil Salz auf, ja, fast Maximum ist. Oder Saline. Saline ist das hier. Das ist ja doch gar kein Salz. Ähm. Jetzt schauen wir mal kurz bei Al-Sahim vorbei. Ich bin froh, euch endlich wiederzusehen. Al-Sahir. Ach ja. Ich hatte es nochmal hier so mit den armen NPCs. Du wärst schon mal hier ein Zurück, weil... Jetzt bräuchten wir, glaube ich, nur noch einmal... Wie schön, euch wiederzusehen. Ähm, so fürstliche Lehnsurkunden. Wofür wir sogar noch gerade mal genug haben. Und dann können wir tatsächlich... Aber auch ein weiter ausbauen, wie geplant. Ich helfe euch. Das dürfte was werden. Ich helfe euch gerne. Was fehlt euch? Perlenketten. Ich helfe euch gerne aus. Ja, ich weiß, du helfst uns gerne aus. Die sind nur noch fünf auf Lager. Ein gutes Geschäft. Wie viele sind hier? Wir haben nur noch Maximum Perlen, aber zu wenig Perlenketten. Wie wäre es mit einem weiteren Perlenknöpfer? Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu erledigen. Jetzt lassen wir direkt hier eins hin. Dafür fehlt allerdings ein bisschen Werkzeug. Das ist gar kein Problem. Wir haben ja ein bisschen Werkzeug auf Tasche. Wir haben einfach Nummer 20 mit. Und das bringst du mal eben nach hier drüben. Ich danke dir. Ich schaue einmal kurz nach hier. Und wenn immer noch alles in Ordnung ist. Wie ihr vielleicht gesehen habt und vor der letzten Folge. Ich habe das mal... Ich habe den Platz hier mal ein bisschen miteinander. Ich fahre in der... Den Text, den ich immer am Anfang einblende. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, das einzublenden. Das ist es wahrscheinlich nicht so ein Move. Ich empfinde das als cool. Wie so bei so vielen Sachen. Egal. Egal. Ähm. Ich habe es nach Lala benannt. Also der Lala-Turnierplatz. Weil der ja immer so fleißig... Oder die immer so fleißig Kommentare geschrieben hat. Und mir geholfen hat. Deswegen dachte ich... Dem widme ich den Turnierplatz hier. Hoffe es ist für dich ansprechen. Und du findest ihn schön. Das gefällt mir. Wenn nicht, lässt sich jetzt auch nicht mehr daran ändern. Der bleibt jetzt so, wie er ist. Äh... Da ist unser Schiff auch schon da. Das ist gar nicht mal so langsam. Obwohl es keinen Upgrade hat. Ich bekomme regelmäßig Waren aus. Gauplerlager als Bauplan. Das könnten wir uns gleich auch mal angucken. Ich helfe euch gerne aus. Äh... Du fährst wieder... Unsere Studien waren erfolgt. Ihr seid zu klug, um diesen Auftrag abzulehnen. Und wir fangen zu 11 Tonnen Pelzmäntel. Das sollten wir hinkriegen, oder? Oder? Ja, das kriegen wir hin. Eins. Zwei. Und ab nach hier drüben damit. Die Fiolin ist mittlerweile angekommen. Perfekt. Mann, geht das jetzt in dieser Folge hier ab. Für mich immer noch derselbe Tag. Für euch ist es ja dann... Dienstag in einer Woche? Erstag? Nee, zweiter... Nee, doch, erster Weihnachtsfeiertag. Müsste sein. So ist es recht. Müsste sein. Gut. Okay. Dann sollten die Perlen auch wieder ein bisschen... Perlenketten auch wieder ein bisschen mehr werden. Das ist schon mal gut. Weil ich hab mir überlegt, bevor ich... einfach die Moschee ab... Baue dafür... Die hier hin, die wahrscheinlich so einen Riesenradius hat. Und dann seh ich weiter. So weit hab ich dann auch wieder nicht geplant. Gucken wir uns mal kurz das Gauklerlager an. Was bringt uns das? Mit Hilfe eines Bauplans kann ein bestimmtes... Ja, eine bunte Truppe erbaut das Gebäude Gauklerlager. Ich frage mich, was bringt uns ein Gauklerlager? Hm. Lasst mich das mal kurz nachgucken. Gauklerlager. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja. Kümmer ich mich sofort drum. Äh... Items der Grundversion... Ihr bringt ein Zeichen eurer Freundschaft? Jawohl. Welch ein Freund... Boom! Der Sultan selbst besteht darauf, euch den höchsten Ehrentitel zu verleihen. Ich fühl mich geert. Wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen? Guck mal, deinen Auftrag hab ich auch schon erfüllt. Ihr genießt höchstes Ansehen im Orient? Oh ja. Das muss ich sofort der Eise übermitteln. Euch darf man nicht unterschätzen. Ein kundiger Bade. Hm. Gucken wir uns gleich mal an, was der macht. Äh... Okay. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Das steht mir zu viel. Nur ne Momento. Hier. Störung. Äh... Gauk... Gauklerlager. Was bringt uns ein Gaukler... Lager? Patrizian. Kriegt man das? Lass mich mal kurz gucken. Ihr habt umfassendes Wissen über unsere Baukunst erlangt. Ich seh da aber noch kein Gauklerlager. Der Rat der zehn Dankt. Wie viel Patrizian war das? 1190 haben wir. Okay. Ich schau noch mal später, was das Gauklerlager uns genau bringt. Wir bleiben jetzt erstmal hier bei der Sache, damit hier es auch weiter so produktiv vorangeht. Ich glaube, die Echagon kann das trotzdem mal gleich abholen fahren. Aber erstmal... Was bringst du uns? Verringert sich durch diesen Experten die Zeit, die Medikus benötigt, um ein Wohnhaus von der Pest zu befreien. Das halten wir mal gut bei uns, falls die Pest nochmal so einen Riesenausbruch hat, damit wir die schneller bekämpfen können. Und was geht hier unten ab? So, ihr werdet nicht alle nicht abgeholt. Ihr werdet nicht abgeholt. Wieso werdet ihr nicht abgeholt? Wir haben Max. Das bedeutet, wir haben 85 Tonnen. Dankeschön. Nein! Wie oft noch? Frau Kass. Spiel es doch endlich. Ich bin nicht immer auf die Nerven damit. Aber rundieren. Wie viele Gewürze bringen wir gerade nach oben? 110... Oh nein. Tut mir nicht. Bei 90 Tonnen reichen erstmal. Brauchen wir Gewürze nach da unten? Wir hätten vorher 40-40, ne? Dann waren das 80. Machen wir 80 Tonnen drauf. Du wirst es verschmerzen. Und wir geben denen hier einfach noch ein Lagerhaus. Ein Lagerhaus. Auf dich ist Verlass. So. Dann können die ein bisschen mehr lagern. Und wir kriegen mehr nach Tieren. Weil ich glaube Gewürze ist tatsächlich etwas, was gar nicht mal so krass auf... Oh, doch. Ist doch auf Lager. Aber nur ein ganz klein wenig auf Lager. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Wir haben endlich die nötige Stufe, die wir wollten. Wir können das Schiff auch in der Zeit mal wieder zurück beordern. Damit da auch alle da sind, wo sie sein sollen. Damit ich sie schnell finde. Du gibst mal eben kurz den Typen ab. Dankeschön. Es ist mir wie immer eine Ehre. Mir auch, Alsa hier. Mir auch. So. 100 Mosaik. Das sollte langsam auf Lager kommen. 80 Werkzeug. Das ist auch gar kein Problem. Nehmen wir 15 hier runter. Dann brauchen wir noch 20 von hier oben. Das kann die Ehragon eben holen. Weißt du was? Nehmen wir 50 mit. Wir haben so viel in Tieren. Und jeder hat bekommen, was er wollte. So. Die Sultansmarché. Ja, die reicht vollkommen aus, würde ich mal behaupten. Aber so richtig reicht die aus, ey. Oder? Will ich hier schön mitten in die Stadt reinsetzen? Ja, vielleicht nicht ganz, aber... Ja. Aber wir können die Stadt dann erweitern. Also ich reiße ein paar Felder hier weg. Setze die Felder dann rum auf eine andere Insel. Wie zum Beispiel hier das... Die Ziegenfarm. Die bauen wir nämlich einfach nach hier drüben. Ähm, da machen wir vorher folgendes. Wie viel wollt ihr dafür? Eine 30 Mosaik. Das haben wir grad nicht da. Fünf Holz haben wir grad auch nicht da. Wir brauchen mal kurz eine Versorgung von... Tanak. Tanak war das. Äh. Da kommt sie gerade an. Die Rela. Mein Gott, die braucht einen neuen Namen. Die braucht unbedingt einen neuen Namen. Und zwar sofort. Lasst mich kurz schauen. Ihr werdet mit der Qualität dieser Waren zufrieden sein. Inschallah. Weißt du, wie wir die nennen? Die. Wo ist die Namensliste? Wo ist die Namensliste? Die Aussprache wichtiger Namen. Die stand irgendwo vorne immer. Ne, stimmt. Die stand nicht vorne. Die stand... Hinten. Entschuldigt, habt's gleich. Ja, ich kümmere mich sofort rum. Aussprache. Da. Das ist die... Äh. G. Hat. Nach dem Anführer der Waren. Aus dem ersten Buch. Und den ersten paar Kapiteln des zweiten Buchs. Spoiler-Alarm. Für die, die es noch nicht gelesen haben. So. Archäat ist das. Dann kannst du mal aufnehmen. Was brauchen wir hier unten? Holz und Werkzeug, nicht wahr? Ja. Holz und Werkzeug. Und Holz kaufen wir eben ein. Das kaufen wir eben ein. Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Weißweiler-Hütte, Stein-Schmerz-Hütte. Äh. Kein Problem. Äh. Bringen wir das Werkzeug hier hin. So. Jetzt dürften wir ja genügend Kram da haben. Ne. 100 Mosaik fehlt noch. Stimmt. Aber das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Wir können in der Zeit schon mal ein bisschen die Stadt leer räumen. Kommen die noch weg? Ich muss leider auch weichen. Wird ein größeres Bauprojekt, ne? Ist halt leider so. Oh, ihr habt keinen Zugang mehr. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gilt das? Gilt. Yay. Okay. Perfekt. Und wir haben 100 Mosaik. Dann bauen wir mal das Fundament der Sultansmarché. Oh. Ja, ich weiß, ihr seid gerade mies drauf. Da müsst ihr aber jetzt durch. Da müsst ihr jetzt durch. Was stört denn jetzt da? Baubereich ist blockiert. Von was denn? Was blockiert denn jetzt den Baubereich? Ah, ein Stück Straße. Seid ihr jetzt wegen... Für den Bau einer so gewaltigen Moschee. Aber ja. Seht, die Bauarbeiten können derzeit nicht fortgesetzt werden. Kein Problem. Kommt. Die Kamele sind gleich... Ihr seid unhappy. Das ist nicht gut. Die Kamele sind gleich bei euch. Wir müssen da doch ein bisschen was gegen machen. 20. Äh. Ja, die kommt gleich. Sorry, Jungs. Das war nicht so geplant. Das war nicht so geplant, Jungs. Sorry. Die Arbeit auf der Baustelle ruht. Wirklich schade. Ja. Das war überhaupt nicht... Das war eine dumme Entscheidung, Philipp. Das war eine sehr, sehr dumme Entscheidung. Haben wir gerade noch jemanden hier unten? In ihrer Siegung fehlt es an Glauben. Ich weiß. Ich hätte nicht mit so einer großen Auswirkung gerechnet. Ich dachte, die wären einfach nur halt im gelben Bereich angepisst. Aber dass die direkt rot sind... Äh. Fuck. Fuck my life. Aber... Das wird schon. Jungs, das wird schon. Mundwinkel nach oben. Ja. Komm, ich gebe euch auch, äh... Wobei, ihr seid gerade so mies drauf. Dann könnt ihr auch Cash abgeben, wie sonst was. Ja, komm schon. Wo gehst du denn hin mit deiner Karawane? Geh zu dem Marktplatz da. Der ist näher dran. Eine Produktion... Es gibt kein Bauvorhaben, das ihr nicht verwirklichen könnt. Ihr drei geht da noch weg. Wir müssen... Eben kurz ein bisschen schaden. Wo gehen die hin, verdammt? Wollt ihr echt da bis zu dem... Mag das sehen? Ich sehe von dir, was mir zusteht. Nee, das kann nicht dein Ernst sein. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Wo marschieren die denn hin? Der Kaiser könnte sich glücklich schätzen, während all seine... Alter. Ah, hier kommt's. Ja, gib mir Mosaik schnell. Fuck, du hast nur zehn Tonnen. Ein gutes Geschäft. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Wo marschiert der hin, verdammt? Ich brauche Mosaik hier unten. Wie kriege ich Mosaik nach hier unten? Lokratie. Schlaf mal kurz. In jeglicher Hinsicht. Wo läufst du hin, verdammt? Euer Handeln wird einige mächtige Personen sehr interessieren. Mit Allahs Segen ist dieser Bauabschnitt bald abgeschlossen. Ja. Das gefällt mir. Den Segen könnten wir echt nur gebrauchen. Wo lauft ihr hin? Verlieren zu viele Gesandte. Vielleicht unter den tausend. Verkaufst du hier Mosaik zu fällig? Ich kann dich gerade auch echt gebrauchen. Sorry, wenn ich dich immer angezickt habe, wenn du so zickig warst. Jetzt kann ich dich echt gebrauchen, meine gute Freundin. Die Bündnis ist mit mir. Letzte Folge noch eingegangen. Star Mosaik. Perfekt. Du bist eine Lebensretterin, Helena. Diese Folge bist du echt eine Lebensretterin. Zwölf. Komm, jetzt komm mit deiner scheiß Karawane da an. Das war auch echt dumm von mir. Ich helfe euch gerne aus. Ja, verschwinde. So. Salam Aleikum. Damit solltet ihr wieder glücklich sein. Ihr dürft zurückkommen. Wie groß ist der Radius? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, vier, sieben. Ihr geht weg. Dafür werdet ihr wieder zu Nomaden. Um da ein bisschen die Kosten zu kompensieren. Wir können noch zwei hin. Ja, komm jetzt. Ja, Entschuldigung. So war das nicht gemeint. Sorry. Kommt wieder. Zurück. Hier war es doch schön. Ein fairer Handel. So war jetzt ganz die Anfang. Aber die musste da hin, die Sultans Moschee, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Also woanders hätte ich nicht wirklich hingekonnt. Du kannst schon mal weg. Das spart uns auch. Aber auch wenn nur gering. Bisschen Kosten zumindest. Okay. So, sagt er wieder happy. Das freut mich. Kommt zurück in die Stadt. Warte, du hast die ganze Radius. Dann könnt... Ich hätte gehofft, dass da vielleicht ein paar Nomaden aufsteigen können. Zu Gesandten. Wobei, ihr seid doch Nomaden, ne? Ja. Los. Steigt auf. Na los. Ihr wollt es. Ihr wisst es zwar noch nicht, aber ihr wollt es. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Eragon ist gleich an ihrem Zielort. Das ist super. Langsam nimmt dieses Bauwerk Formen an. Sehr schön. Meine Karawane wird in wenigen... Stimmt, es kostet mich Mosaik, die hochzubuffen, aber... Muss grad. Der ist muss grad. Wir müssen leider ein bisschen was kompensieren. Was uns da unten leider weggefallen ist. Jetzt aber gerade nicht genügend Mosaik. Ja, das mit der Sultansmaschee, das wird noch dauern. Soll ich mir jetzt ganz, ganz Mosaik klaut. Arbeiter kommen gut voran. Seht nur. Der Bau macht Fortschritte. 16 von 144. Willem, hast du auch Mosaik zufällig zu verkaufen? Ein fairer Handel. Wer hat keinen Zugang zum Bazaar? Oh, die beiden da oben. Sorry. Kein Problem. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wo ist die... Wo hab ich die Eichirat hingeschickt? Wo hab ich die hingeschickt? Ach stimmt, du solltest einkaufen. Kommt nur und seht euch hin. Ähm. Holz solltest du einkaufen. Oder solltest du nach Tarnach bringen. gemacht. Dann muss die... Aber natürlich. Was muss gerettet? Wie ist es treib? Gut, dann muss die Neptun herhalten. Muss es die gute Neptun erledigen. Er hat auch noch angekommen. So. Ich hoffe, du findest, was du benötigst. Gerade hattest du noch 20. Wo ist das hin? Madame. Warum? Warum? Warum tust du mir das jetzt an? Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Haha. Hassan, hast du zufällig... Sag an, was willst du? Du hast Mosaik. Kursänderung, bitte. Bewegt dich zum Kursarennest. Arbeiter kommen gut voran. Bald ist es geschafft. Produziert mal bitte wieder ein bisschen neuen Schwung an Mosaik. Hm. Nur noch haben die zufällig Mosaik. Euer Huf. Doch, die haben Mosaik. Berlin. Mosaik kaufen. Kaufe Mosaik. Und was wir eigentlich auch machen könnten. Kauf mal. So. 20 immer ein. Wenn wir 20 auf Lager sind. Dann sollten wir die... Langsam nimm dieses Bausark Formen an. Und Holz kannst du hier unten einkaufen. Na, 50 Holz. Kauf mal ein. Damit das auch schnell weg ist. Nicht mehr lange. Und dieser Bauabschnitt kann vollendet werden. 180 brauchen wir da. Boah. Guck mal, die Aragorn ist schon da. An ihrem Ziel. Es macht doch nichts, dass das Zeug... Wirklich? Ich schlage ein. Sehr gut. Dabei habe ich bisher so viel auf euch gehalten. Tut mir leid, Wille. Aber... Der Handel entblößt so man. Geschöpft ist geschehen. Du musst ja immer Krieg führen gegen die Kossamen. Ich habe mich mit denen angefreundet. Hat mich zwar ein bisschen was gekostet, aber... Die sind jetzt Best Buddies. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, es fehlt uns Holz. Ernsthaft. Es fehlt uns Holz. Eingesandten ausbekommen. Wo ist, bevor die... Wo war jetzt... Bevor das Fundament wieder alles klaut. Nochmal 20 Tonnen Mosaik hinterher. Kommt nur noch ein Haus. Dann sind wir erstmal wieder auf. Ausgangsnevee, würde ich mal behaupten. Wo ist überhaupt der Holzfäller? Da unten. Der wird dann von dem Markt da wahrscheinlich bedient. Wer kommt da? Die Jotans. Die Josh. Die Josh kommt von da. Nach und nach drücken wir unsere ganzen Schiffe ein. Hey, ist das ein... Ne, das ist unser eigenes. Unser eigenes. Ihr braucht einen weiteren Landungssteg, ne? All unsere Baupläne. Da habe ich aber auch gerade nichts für. Die Arbeiter sind willig. Doch so kann der Bau nicht vollendet werden. Ich weiß. Ja, komm. Die Arbeiter sind willig. Doch so kann der Bau nicht vollendet werden. Naja, kommt. Wir brauchen Geld. Nein, nicht so. Die Arbeiter sind willig. 296. Doch so kann der Bau nicht vollendet werden. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche mehr Geld. Tim, du kannst uns aushelfen. Du kannst uns mit Geld aushelfen. Bei dir läuft doch gerade alles super. Wusste ich's doch. ... ... ... ... Oh, halbe Stunde schon um. Da ist schon die nächste Folge aufgenommen heute. Die ich aber erst morgen schneiden werde. Ich möchte heute doch ein bisschen früh ins Bett. Ja. Könnte mal gut tun. Gucken wir mal eben, dass wir wieder ins Plus kommen ein bisschen. Spiel gesichert. Sehr schön. Ähm, nehmen wir hier noch die Straßenzüge. Weiter upgraden. Kommt, ihr wollt doch noch. Gebt es zu, ihr wollt doch noch. Oder ihr wollt. Mir sollt's recht sein. Ja, jetzt wollen sie. Na? Hey, wieso bist du da jetzt? Salam aleikum. Kein Problem. Kein Problem. Oh, ich finde die Kirche, ich weiß. Das muss sich alles ändern, wenn wir den Kaiserdom bauen. Und dann mal wieder ein paar Liege dazukommen. Machen wir noch den Block hier unten fertig. Und wenn der fertig ist, dann... Was ist das für heute? Morgen nehme ich vielleicht schon wieder neu auf. In der Zwischenzeit machen wir hier schon mal wieder glücklich. Glücklich. Und... Der Bauern glücklich. Und... Wir sind nur noch minus 100. Sinkend. Ich bin sicher, dein Volk schaut in Erfurt. Allah segne euch für eure Zuhörer. Wir haben da unten Holz bekommen. Soll ich das Fundament hier langsam... Arbeit auf der Baustelle, Ruth. Und... Wirklich schade. Egal. Meine Freunde. Sie sehen hier... Das Fundament der Sultansmarchee. Wie es damit weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020